So, Freunde, da ist so eine Moneymaker am Start. Ich habe jetzt da drinnen mal sechs Geräte geladen. Ich werde jetzt überall Doppelbuch spielen auf 60 Cent. Ich gehe jetzt gleich rein, zeige ich euch die ganze Scheiße auch. So, aber ich werde nur die Kamera anschmeißen, wenn irgendwo Spiele kommen. So, dann schauen wir jetzt gleich mal, was da abgeht. Auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die ganzen Abonnenten. 26.000 geknackt. Ja, was soll ich noch sagen, Mann. Ich kann mich nur bei jedem Einzelnen bedanken. Auf jeden Fall Bomben-Support, Leute. Macht weiter so. Ich werde fleißig für euch Content liefern. Und jetzt gehen wir mal rein, checken die Lage. Haut rein. So, Leute, einmal. Gehen wir mal zur nächsten Scheiße. Zweimal, der Poppy ist auch neben mir. So, gehen wir zueinander. Dreimal. 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 Viermal. Viermal. Fünf. Sechs. So, Leute. Dann hoffen wir, dass wir uns gleich nochmal sehen hier. Einmal ein Spiel haben wir hinten an einer anderen Kiste. Ach, einer von 500 hier. Ich glaube, irgendwo sind noch Spiegel gekommen. Hä? Watt. 10 und J, der größte Schmutz. Da hinten ist auch Spiele. Oh, Verlängerung. Pff, bei den Gammelzeichen. Ich gehe mal hinten kurz Stopp machen, Leute, damit wir da in Ruhe filmen können. Nein, da hinten ist noch einer Spiele gegeben, glaube ich. Da hinten habe ich noch zwei Geräte, die sind auch reingegangen. Die habe ich jetzt mal gestoppt, erstmal hier zu Ende zu platzen. So, ich schau ihn nochmal voll. Das geht ja noch, ne, mit den Gammelzeichen hier. Der ist am Abschmörgeln da, oder? Mal gucken jetzt, was die anderen da für Zeichen gegeben haben. Was ist das? Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Naja, gut, bezahlt nur hier, zweimal Full, einmal 10, einmal Buben, 95 Pappen, lassen wir mal weiterlaufen, direkt mal zur nächsten, Schese hier, der ist totgelaufen, macht keine Faxen, dann haben wir hier einmal Ass und Statue, was ist denn bei dem anderen? Der andere hat Statue und Mumie aufgemacht, gucken wir jetzt gleich mal, komm, ist super. So eine Verlängerung hier. So eine Verlängerung hier. Okay. So, eine andere Kabel. Wie gesagt, sind sie auch noch hier mit Mumie und Statue. Das ist gut. Schlechter Run hier. Hier haben wir wieder Spiele gekriegt, dann gehen wir jetzt mal rüber. Hier ist ja absolut der Tanz der Teufel. Das sei ja nichts. Hier hat der J und 10 aufgemacht. Hier kommt der Kiefer. Schöne Keller Assen mit bei. Hier sieht ein bisschen so was wie der eine Italiener vom Todeklip von der Seite da hinten. Hier hat der kleine Zweck. Weißt du wie ich meine? Das ist doch ein Kerl. Die Verlängerung kommen hier jetzt. Ja, wie gesagt. Let's the music play. Okay, Digga. Schauen wir mal. Da kommt noch eine Verlängerung, jetzt eine ganz schnelle. Da hinten sind auch wieder Spiele gekommen, Leute. Da gehen wir nach der. Mistkorki hier rüber. Wie viel Geld ist da hinten noch drauf? Nein, nein. Nicht stoppen. Lass mal auf. Ich mach dir hier noch einen, klar. Hinten ist auch eingegangen. Mama, stopp. Ich hör das bis hier. Ja, mein Gehör, Alter. Ist reingegangen? Siehst du? Ich hör bis zur Autobahn, wenn ich Freispiele. Ja, gut. Das verlangen die Abonnenten auch von mir. Die wollen alles wissen. Bei linken OSW. Man wird ja auch schon langsam alt. Und jetzt hat gehör da. Die Sinnesorgane. Dann wird das hier eine schöne Freispiel-Session. Das hat er auch die Zähne da aufgemacht. Und die Lady? Das ist gut. Die komme ich gerne besuchen, die Lady. Lady und Geier. Lady und Geier? Das ist gut. Konzentriere. Geier. Spritz ab. Ja, ihr spritzt aber auf nichts, Alter. Spritz ab. Überall Spiele, ja gut. Schade. Belängerung. Niemals. Naja. Gar nicht die Welt, Leute. Gehen wir mal. Da ist Geier und Frau. Hier ist der gleiche Dreck wie drüben. Auch Zehen und äh... Die Malzen drehen. Naja, die drehen sowieso. Sorry. Guck zu hoch. Guck zu hoch. Ja, es war wirklich kurz jetzt gerade. Guck zu hoch da. Guck zu hoch. Gut von 6 Kisten 2 Kote gelaufen, ne? Drei Kote. Ich habe sechs Stück gespielt. Drei Stück sind noch im Game. Komm Junge, da muss ja jetzt eine Verlängerung hier einlaufen, hält doch keiner raus. Volle Soße hier du, nur Soßen habe ich hier. Ja, das geht auf deine Po-Haut. Ja, das verstehe ich nicht, Leute, viele gehen spielen und vergessen sich selber dabei. Könnte ich nicht, Alter. Gut bezahlt jetzt hier für die Dreckszeichen. Jetzt noch eine Verlängerung da, ja, einmal Fuhl und hier, zweimal drei Kakalak in der, kann schon zufrieden sein. Eine Verlängerung hat der nicht mehr im Petto hier, der alte Mistköter. Ja, auch wieder drinnen hinten Spiele, in der Ecke. Mach mal kurzer Stopp bitte. Aber der macht jetzt, glaube ich, eh Dingens. Mach auf. Ja, ja, mach einfach Stopp, alles gut. 74 Euro für den Schmutz, ab zum nächsten Leute. Ich mache für euch hier ein Freispiel Massaker, klar. So, hier haben wir die Frau. Lady, 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 ey, den hab ich ja eben schon gehört. Ja, Lady und der Geier. Wenn da nicht was passiert. Jetzt kriegen wir erstmal fünf Frauen. Ja, niemals. Zwei Stück. Oh, Lady, ne? Die Frau, oder? Die Frau, den Geier, oder? Nee, J. Oder? Ja, J. Auch die Frau. Nee, geht ja ja nichts. Nein, ich hab doch den Bock gemacht. Na gut, wenigstens einmal drei. Verschmutzt ein Dreißiger. Keine Verlängerung mehr, ne? Wie sonst so mal 45 Spiele oder was? Nein, oder nicht. Das ist auch komisch. Ja, nix. Ja, nix. 36. Ja, nix. 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 Jetzt macht er noch Pause, ey. Mann, 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 Mann. Das ist schon bitter. So, Leute. Der andere ist noch in Pause. Ne, der ist schon gut. Das ist schon draußen Autostadt. Ja, so. Die laufen nicht genug. Das ist schon mal hoch, so. Einen dreckigen Käfer da gegeben, wa? Den dreckigen Käfer da gegeben, wa? Ja, nun sogar. Den Schmutzlorsch. Eben hat der auch schon A gegeben. Hat der auf einmal vollgemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr womit. Ja, nun, aber die Strategie war gar nicht mal schlecht jetzt hier, ne? Sechs Geräte, ja. So, dass man vergleicht mit dem Lauf der Vorhau, ne? Deswegen hab ich einfach überall die gleichen Spiele gespielt. Ich mir gedacht hab, sechs Geräte. Irgendeines wird schon davon irgendwas machen. Die Käfer sehen mal. Schmalz. Ja, voll. Schmalz. Spielgerät. Na, komm, wir haben die Spiele. Schmalz. Ja, für dich, ja. Für mich. Nichts. 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 Spielen. Ja, Leute, das wird nur ein dickes Freispiel-Video. Nur Freispiele. Spiele, Spiele. Oh, saftig bezahlt hier, du. Der alten Dreck hier in den Kellerassel. Und? Na, statt. Schade. Ja, wär gut gewesen. Verlängerung hab ich nicht so. Naja. Noch nicht. Ich glaub, einer kotzt sich aber noch aus so mit Verlängerungsparty 58. Hier haben wir hinten an den Köpfen Pause hatte, Leute. Warte. Hier ist noch alles auf. Was? Hier ist noch alles auf. Ja, vielleicht hat er mal zwei, drei Verlängerungen rein. Ach, Schmerz. Nichts zu glauben, ey. Wie war Schmerz? Der könnte wahrscheinlich sogar Verlängerung machen. Tja. Können können sie alle, aber... Problem ist, die Weiber sind nicht da. Nee. Gar nicht, ne? Raritäten nicht. Rattenscheiß. Schlecht. Hab ich nicht gedacht. Ja, hab ich nicht gedacht. Ja. Ganz schlechter Käse hier. Und? Wenn der jetzt noch gekommen wäre, hätte mich nicht gewundert hier. Ab zu der nächsten Scheiße. Ja, ich hatte ja hier mal Verlängerung drin oder was. Den kleinen Kram. Nix wildes. Nix, Leute. Soll ich Verlängerung rein taumeln hier. Verlängerung rein taumeln hier. Being gut zurück, einfach nee. 그렇게 l stops. Verküß. Ein bisschen mehr. Es ist eine Zeit hermit. Immer passengers sitzen auf der Neence. Was schon passiert. Drove, ich hab Nein. Ja, ich hab nie. Ich hatte ja noch nichts. Höchstgewinn, zum Schluss. Immer wieder Stopp, bis Spiele da sind. Erhöhen wir überall ein. Ja Leute, die erste Karre ist auf dem Weg, sich hier zu verabschieden. Schade. Den anderen ist mal bisschen was drauf. Einer hat noch 60 Euro drauf, der andere noch 30. Über alle drei direkt auf einen Knall, so direkt bumm, voll ruhig gewonnen. Keine Spiele, nichts mehr. Ja, so ist der dritte. Beide rübergegangen, hier 130 waren, direkt aufgemacht. So, jetzt 700 Spiele. Ja, dann ist das gut. Hat der schon so runtergefressen? Machen wir da Stopp, bitte. Hinten auch Spiele gekommen. Auch 80 Cent. Ja, gut. Ja, da waren 150, 160 Euro. Ja, genau. Ja, hier muss mal ein bisschen was kommen jetzt. Vielleicht mal ein, zwei Verlängerungen werden mal angebracht. Jetzt. Jetzt. Nein, nein, nein. Alles gut, er macht den ersten Dreh immer allein. Jetzt. Vier Könige hinten gegeben. Ist der schon tot? Ja. Ja. Ja, der ist am Arsch. Hammer, ne? Ja, ich sag ja. Schöne Rutsche gegeben und dann Yallah. Tschüss. Komm. Alles so gut auch nicht. Ich hab gedacht, was kommt aus dem Brand hier entdeckt. Ja, geht schnell runter. Was für aus dem Brand. Jetzt. Ah, mal. Sauggerl. Alten Sauschlumpf. Zwei angeforzte Dreier hier. Trägt noch eine Verlängerung hinterher, Mann. Ja, schön. Angeforztes Vollbild. 60 Pappen. Auf das Vollbild muss direkt eine Verlängerung kommen. Ja, ja. Anzeichen sind da aber, ne? Ja. Was bringen die Anzeichen mit der? Ja. Wenn die Mist Kakerlake da nicht kommt. Ne, 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 Pause. Na, na. Kann, alles kann, nichts muss. Ja, gut. Schau. 80 Cent, ne. Komm, Vollbild Könige. Ist ja außergewöhnlich, dass die Asse besser werfen als die Könige. Ja, gut bezahlt. 164 Euro kann man nichts sagen. Gehen wir mal zu dem nächsten. Da ist auch A und K Leute habt ihr gehört. Da sind wir auf dem nächsten Mal. Na, alle hier. Von dem Schuss? Ja. Wie war das? Ja, gut. Ja. Ja. Da ist auch ganz nett. Spannende So Leute, dann werde ich den Part auch stoppen, weil der geht jetzt sowieso hier in die Pause. Wie gesagt, Pause, im nächsten Part, so wie es weiter geht hier. Viel Spaß mit dem Video.